Hey, in diesem SwiftUI-Kurs von Swift Playgrounds schauen wir uns einmal an, wie die Basics von SwiftUI sind. In dem Falle genauer schauen wir uns an, wie wir zum Beispiel Bilder erzeugen können, Container erstellen, wo wir Sachen einordnen und zum Beispiel Texte anzeigen. Mein Name ist Nico und wir fangen natürlich auch direkt an. Für dieses Tutorial benötigt ihr einmal Swift Playgrounds. Das ist eine kostenlose Entwicklungsumgebung von Apple. Diese gibt es sowohl fürs Macbook, also für macOS und auch fürs iPad. Ihr könnt also im App Store einfach Swift Playgrounds eingeben und dann erscheint das auch schon als einziger Eintrag. Das könnt ihr dann herunterladen und dann einmal öffnen. Und sobald ihr Swift Playgrounds dann das erste Mal gestartet habt, seht ihr hier unten verschiedene Kurse, die ihr machen könnt. Wenn ihr auf alle Anzeigen geht, seht ihr sogar noch mehr Kurse. Und wir machen heute einmal den Kurs Los geht's mit Apps. Den könnt ihr hier einmal anklicken und dann erscheint er direkt hier und dann klickt ihr den jetzt nochmal an und dann öffnet er sich. Einmal angekommen, sieht das Ganze hier so aus. Wir sehen jetzt hier in der Mitte schon unseren Quellcode. Links einmal die Dateien, die für unsere App relevant sind. Und hier rechts oben können wir unsere Aufgaben einmal hinzufügen. Hier zeigt uns immer der Kurs, was wir gerade machen müssen. Außerdem rechts daneben sehen wir einmal, wie unsere App gerade aussieht. Also hier haben wir jetzt gerade Quellcode und hier rechts wird jetzt unsere App angezeigt, wie diese aussieht. Hier links sind einmal die Dateien, die benötigen wir gerade nicht. Wir befinden uns gerade in der Intro View, falls ihr euch jetzt gerade irgendwo verklickt habt und woanders angekommen seid. Wir befinden uns gerade einmal hier. Dann gehe ich einmal zu unseren Aufgaben, also einmal auf diesen mittleren Tab. Los geht's mit Apps. In dieser Anleitung lernst du die Grundlagen für die Verwendung von SwiftUI zum Erstellen von Apps. SwiftUI ist eine neue Methode, Apps zu programmieren, mit der es einfacher und schneller geht als jemals zuvor. Und da kann ich auf jeden Fall zustimmen. SwiftUI ist wirklich sehr, sehr einfach und perfekt für den Einstieg geeignet. Und man kann sehr schnell sehr schöne Apps damit programmieren. SwiftUI-Code wird in der Programmiersprache Swift geschrieben. Wenn du los geht's mit Apps abgeschlossen hast, kannst du mit dem Projekt weiter so mit Apps fortfahren, um deine SwiftUI-Kenntnisse zu vertiefen. Der erste Schritt beim Lernen von SwiftUI ist, zu verstehen, wie eine SwiftUI-Datei funktioniert. Und damit fangen wir auch einmal an mit Willkommen bei SwiftUI. Wenn wir jetzt auf die Aufgabe geklickt haben, wird uns die hier oben auch nochmal eingeblendet. In einer SwiftUI-Datei wird die Ausgabe des Codes automatisch rechts in der Vorschau angezeigt. Der Code dieser Datei erstellt den Text HelloFriends. Das habe ich jetzt gerade auch schon mal gesagt. Hier rechts ist die sogenannte Preview oder auf Deutsch die Vorschau. Hier können wir also einmal sehen, wie unser SwiftUI-Code gerade zur Laufzeit aussieht. Also wenn wir jetzt theoretisch die App starten würden, würde das Ganze so aussehen wie hier rechts. Und in dem Falle wird uns jetzt gerade hier in der App HalloFreund angezeigt, also jetzt auf Englisch HelloFriends. Und hier links der Code, wozu wir gleich auch noch kommen, sorgt jetzt dafür, dass das einmal hier angezeigt wird. Damit hier ein bisschen mehr Platz ist, klappe ich einmal hier links die Dateien zu. Dann ist der Code auch schon etwas besser lesbar. Gehen wir einmal auf Weiter. In der Datei siehst du den Namen der Ansicht. In dem Falle Ansicht ist jetzt in dem Falle View. Denn eine View ist immer einmal eine Oberfläche, beziehungsweise eine Ansicht. In dem Falle heißt die Ansicht InfoView, wie wir das jetzt hier sehen. Und wir wissen, dass es sich hierbei um eine Ansicht handelt, weil hier ist jetzt ein Doppelpunkt View. Dazu kommen wir glaube ich aber denke ich auch noch hier in dem Kurs. In Interview siehst du eine Eigenschaft namens Body, dann Hauptteil. Im Hauptteil schreibst du deinen SwiftUI-Code. Hier sehen wir das Ganze. Hier ist einmal eine Eigenschaft, beziehungsweise auch Variable genannt. Und in dieser Eigenschaft steht einmal unser SwiftUI-Code. Also der Code, der dann die tatsächliche View ausmacht. Denn wenn wir uns das hier einmal anschauen, dann sehen wir, dass hier einmal Text, dann einmal Anführungszeichen oben, HelloFriend steht. Und das sehen wir jetzt auch einmal hier rechts in dieser Ansicht. Also letztendlich ist diese eine Zeile dafür verantwortlich, dass hier HelloFriend steht. Und der Rest ist ein bisschen dafür da, um erstmal nur SwiftUI zu sagen, dass es sich hierbei um eine Oberfläche handelt. Gehen wir einmal auf Weiter. Wo wir gerade einmal bei der Vorschau sind. Dies ist der Code, der in der Interview die Vorschau erstellt. Du findest ähnlichen Code unter zahlreichen Ansichten. Er hilft dir bei der Visualisierung des Codes, den du schreibst. Hier unten ist einmal der sogenannte Preview Provider. Dieser erstellt hier rechts unsere Vorschau. Dies ist aber nur für Entwicklungszwecke relevant. Wenn wir unsere App publishen im App Store oder so, da benötigen wir theoretisch diesen Preview Provider nicht. Das also nur für uns Entwickler, dass wir die App nicht jedes Mal starten müssen, sondern die direkt live angezeigt bekommen. Dann haben wir die erste Aufgabe auch schon geschafft, also uns einmal die Datei anzuschauen, wie diese aufgebaut ist. Wichtig ist auch zu sagen, wenn ihr das jetzt hier noch nicht alles komplett zu 100% versteht, ist das überhaupt nicht schlimm. Denn Programmieren braucht sehr viel Zeit und Erfahrung, auch wenn SwiftUI eine einfache Sprache ist. Also gebt jetzt nicht einfach nach ein, zwei Wochen auf, weil ihr das nicht versteht, sondern es dauert auf jeden Fall mehrere Monate, so etwas komplett zu lernen. Dann gehen wir einmal zur nächsten Aufgabe und die nächste Aufgabe ist, ändere den Text HelloFriend in etwas anderes, das du möchtest. Denn wir sehen hier auch schon, wir starten jetzt mit kleineren Aufgaben, wie zum Beispiel einmal den Text HelloFriend zu etwas anderes zu verwandeln. Denn wir können jetzt nicht von heute auf gleich einfach eine neue Instagram App programmieren, sondern wir fangen mit kleineren Aufgaben an, lernen die Programmiersprache und SwiftUI immer mehr kennen. Und dann können wir erst anfangen, größere Apps zu bauen. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir übersetzen das einfach mal auf Deutsch und schreibe deswegen HalloFreund hin. Und wir sehen jetzt auch direkt, hier in unserer Preview wird jetzt nicht mehr HelloFriend, sondern HalloFreund angezeigt. Und wir sehen, unsere Aufgabe hat auch einen grünen Haken bekommen. Wir können also einen Schritt weiter gehen, beziehungsweise klicken jetzt mal auf Fertig. Sobald du deinen Code änderst, wird die Vorschau automatisch aktualisiert, um deine Änderung anzuzeigen. Versuche im nächsten Schritt, eine Ansicht ohne Vorlage zu erstellen. Ja, da hatten wir es jetzt auch gerade nochmal, wenn ich jetzt zum Beispiel das Ausrufezeichen entferne, dann wird es auch direkt hier entfernt. Und wenn ich es wieder hinsetze, wird es auch direkt hingesetzt. Und wir können also live sehen, wie sich unsere App verändert. Das hat jetzt auch nichts mit dem Kurs zu tun, sondern so macht man das tatsächlich bei SwiftUI, besonders bei kleineren Views, dass man sich diese immer rechts anzeigt. Dann versuchen wir es einmal selber zu programmieren. Denn wenn du eine neue SwiftUI-Ansicht wie Text erstellst, erstellst du eigentlich eine neue Instanz des Typs Text. Steht jetzt hier nicht, aber wir erzeugen hier praktisch einen neuen Text. Wer meinen vorherigen Kurs gesehen hat, weiß jetzt hier auch schon ein bisschen Bescheid. Da hatten wir es mit unserem Expert und unserem Byte gehabt, den wir erst erstellen mussten, bevor wir damit irgendetwas machen konnten. Hier ist jetzt genau das gleiche. Wir erzeugen jetzt immer eine neue Instanz von unserem Text, den wir dann anzeigen können. Deswegen ist es auch hierfür hilfreich, wenn ihr meinen vorherigen Kurs gesehen habt, und zwar los geht es mit Code. Aber wie gesagt, ich gehe jetzt hier auch nochmal ein bisschen drauf ein. Aber wäre hilfreich, wenn ihr den schon angeschaut habt. Deswegen füge ich jetzt hier einfach mal eine neue Instanz hinzu von einem anderen Text mit Wie geht es dir? Dafür schreiben wir also jetzt nochmal unseren Texten, machen wieder eine Klammer auf und eine Klammer zu. Und hier kommt jetzt nämlich ein sogenannter Parameter rein. Das kennt ihr auch schon alles, wie gesagt, vom vorherigen Kurs. Ansonsten, wir übergeben halt immer einmal einen Wert an unser Textfeld, der ausgegeben wird. In dem Falle nennt man das Parameter. So, ich hätte jetzt hier unten gerade erstmal mal draufdrücken müssen. Hier wird es jetzt auch nochmal gesagt. Platziere deinen Cursor im Hauptteil und beginne mit der Eingabe von Text. Das haben wir jetzt gerade schon gemacht. Ich bin jetzt hier einmal in unser Textfeld reingegangen und habe jetzt eine neue Instanz von Text erstellt. Übergib einen String als Argument an den Text. Der Code sollte ungefähr wie folgt aussehen. Hier wurde auch schon das Keyword einmal String genannt. Hier das Ganze ist nämlich ein String und ein String ist immer ein Text, beziehungsweise ein String enthält einen Text. Und hier wurde das Ganze als Argument genannt, nicht Parameter, ist aber in der Programmierung so ziemlich das Gleiche. Und wir haben jetzt hier auch den grünen Haken dran, denn wir haben jetzt hier einen weiteren Text angelegt, der uns jetzt einmal hier rechts angezeigt wird. Hier steht jetzt einmal Hallo Freund und darunter dann Wie geht es dir? Und hier könnten wir jetzt auch noch die Lösung einblenden. Kann ich jetzt auch übernehmen oder wir lassen jetzt unser Wie geht es dir? Ich lasse jetzt mal, wie geht es dir stehen? Und wir klicken einmal auf Fertig. Üblicherweise verwendest du eine Variable, um einen Wert zu speichern, der dir später verwendet oder geändert wird. Mit Var TextView ist gleich Text. Das kennen wir auch schon aus dem alten Video. Ich möchte das jetzt nicht zu oft sagen. Ich wollte nur einmal darauf hindeuten, dass es dafür relativ wichtig wäre, wenn ihr den vorherigen Teil gesehen habt. Aber ansonsten, man kann das auch so noch vielleicht verstehen. In SwiftUI modifizierst du deine Instanzen, der Ansicht allerdings ausschließlich in der Zeile, in der sie erstellt werden. Daher kannst du die Ansicht einfach an Ort und Stelle initialisieren. In dem vorherigen Teil mussten wir nämlich immer erst, wenn wir eine Instanz erstellt haben, dies einer Variablen zuweisen. In SwiftUI müssen wir das Ganze nicht machen. Da reicht es, wenn wir das einfach aufrufen, so wie wir das jetzt hier einmal gemacht haben. Also wir müssen jetzt hier nicht Var dann dem Ganzen irgendwie einen Namen geben, wie zum Beispiel Text und dann irgendwie zuweisen, sondern wir können das Ganze auch einfach direkt hinschreiben. Dann gehen wir einmal auf Weiter. Jedes SwiftUI-Ansicht, die du erstellst, ist vielseitig und anpassbar. Wenn du das Aussehen oder Verhalten einer Ansicht ändern möchtest, kannst du diese Instanz verändern, indem du ihre Methoden direkt veränderst. Diese Methoden haben in SwiftUI einen besonderen Namen. Sie heißen Modifikatoren. In der nächsten Aufgabe fügst du Modifikatoren hinzu, um zu sehen, wie sich eine Bildansicht auswirkt. In der Programmierung gibt es ja Methoden, die wir dann auf Instanzen aufrufen können. In dem Falle können wir mit denen das Aussehen verändern. Hier auf Deutsch heißt das Modifikatoren. Ich sage aber auch immer mal schon das englische Wort dazu, in dem Falle Modifier. Denn in der Programmierung ist es auch schon mal wichtig, solche Keywords auf Englisch zu kennen. Denn sehr viele Dokumentationen sind teilweise nur auf Englisch oder in gewissen Forums findet ihr da nur englische Lösungen. Deswegen ist es schon mal nicht schlecht, wenn ihr zumindest die englischen Keywords kennt, dass ihr grob wisst, was damit gemeint ist. Dann fügen wir einmal ein Bild nämlich hinzu. Darauf benutzen wir nämlich jetzt gleich hier so einen Methodenaufruf. In dem Falle machen wir jetzt einmal Image. Image ist ein anderer Typ, denn wir hatten ja auch schon immer kennengelernt. Es gibt nicht nur einen Typen oder eine Klasse, sondern es kann verschiedene geben. In dem Falle gibt es Texte, es gibt Bilder, es gibt Text-Fields, wo wir also Sachen eingeben können. Und jetzt benutzen wir hier einmal Image. In dem Falle müssen wir auch dem Bild einen Namen geben. In dem Falle liegt das dann später in unserem Assets-Katalog. Das sehen wir jetzt einmal hier. Friend and Jam heißt das Bild. Das benutze ich jetzt auch einmal. Diese sind jetzt aber nicht irgendwie magischerweise in SwiftUI irgendwie drin oder sowas oder sind auch nicht KI generiert, könnte man jetzt denken in der heutigen Zeit. Sondern die müsst ihr in eure App reinziehen praktisch. Also einfach ein Foto machen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel in der realen Welt. Dem Foto einen Namen geben. In dem Falle wurde dem Foto jetzt einmal der Name Friend and Jam gegeben. Den könnt ihr dann hier reinziehen theoretisch. Also jetzt nicht in dem Kurs, sondern wenn ihr in eurer eigenen App seid. Und dann könnt ihr über Image und dann einmal den Namen von dem Bild euer Bild dann einmal aufrufen. Und wir sehen das jetzt hier einmal. Das Bild wird jetzt pixelgenau in unsere App hinzugefügt. Warum sage ich pixelgenau? SwiftUI modifiziert jetzt nicht irgendwie das Bild und skaliert das auf die richtige Größe. Sondern das müssen wir jetzt über unsere Modifier machen. Beziehungsweise über unsere Modifikatoren, wie es auf Deutsch heißt. In dem Falle gibt es dafür den Modifikator Resizable. Dabei wird das Bild auf die maximale Größe skaliert, die noch in das Display reinpasst. Bedenkt aber, wir haben hier oben ja noch unsere Texte stehen. Die werden also abgezogen, beziehungsweise auch mit angezeigt. Aber ansonsten nimmt unser Bild die komplette Größe ein, sodass es perfekt in unser Display reinpasst. Das macht einmal Punkt Resizable zum Beispiel. Damit können wir einmal unser Bild verändern. Gehen wir einmal zur nächsten Aufgabe. Weil es passt jetzt perfekt rein, aber wenn es mit einem anderen Format aufgenommen wurde. Wie zum Beispiel, wir haben jetzt hier irgendwie so ein 16 zu 9 Display. Wir haben es aber ein 4 zu 3 aufgenommen. Wurde es halt gescratched, also in die Länge gezogen. Dafür gibt es jetzt eine weitere Methode, die wir jetzt hier einfach aufrufen können. Beziehungsweise einen weiteren Modifikator, den wir hier aufrufen können. Und zwar Scaled to Fit heißt das. Dabei wird jetzt bei unserem Bild das vorherige Format festgehalten. In dem Falle, ich weiß jetzt nicht, was das hier ist. Ich sage jetzt einfach mal 16 zu 9. Und danach wird es dann so klein minimiert, dass es mit 16 zu 9 perfekt in unseren Bildschirm reinpasst. Das sehen wir jetzt einmal. Hier wird jetzt weder links noch rechts etwas abgeschnitten. Als Nachteil haben wir jetzt aber dafür Balken. Das kennt ihr auch schon mal im Fernsehen. Wenn ihr ein 16 zu 9 Fernsehen habt und ihr schaut einen alten 4 zu 3 Film, habt ihr links und rechts schwach zu Balken. Das wäre jetzt in dem Falle Scaled to Fit. Es gibt später zum Beispiel auch ein Scaled to Fill. Dabei wirkt das Bild nicht verzerrt, aber so in die App reingebracht, dass es die komplette App ausfüllt, ohne verzerrt zu werden. Der Nachteil davon ist aber, dass wir dann links und rechts überstehende Sachen haben, also Bildinformationen verloren gehen. Beachte, dass deine Bildansicht zwei Modifikatoren enthält, die beide mit der Punktnotation aufgerufen werden. Das hatte ich auch schon mal gesagt. Und zwar nennt man das Ganze die Punktnotation. In dem Falle rufen wir auf eine Instanz mittels einem Punkt eine Methode auf. Und das nennt man dann einfach Punktnotation. Und diese Methode kann dann zum Beispiel das Bild verändern, so wie das jetzt hier der Fall war. SwiftUI erhöht die Lesbarkeit von Modifikatoren, indem beide in eigene Zeilen platziert werden, obwohl sie alle dieselbe Imageinstanz modifizieren. Dies könnte auch so geschrieben werden. Genau, ich hatte es jetzt schon einmal, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, richtig gemacht. Es gibt jetzt hier kein richtig oder kein falsch, weil vielleicht dem einen oder dem anderen das andere besser gefällt. Aber man könnte das alles in die gleiche Zeile schreiben. Oh, jetzt habe ich aus Versehen eine Klammer gelöscht. Wir sehen schon, Xcode macht jetzt ja automatisch so einen Zeilenumbruch, weil das hier nicht mal dahinter passt, außer ich verkleinerte das jetzt. Aber wir können das entweder alles in die gleiche Zeile schreiben, aber in SwiftUI macht man es normalerweise so, dass man jeden Modifikator in eine neue Zeile schreibt, damit das Ganze besser lesbar ist. Ich tue das jetzt einmal wieder zurück. Machen wir einmal hier diese Größe. Dann gehen wir einmal weiter. Jetzt wird uns das Ganze nochmal erklärt, was ich jetzt gerade schon gesagt habe. Der erste Modifikator, Punkt Resizable, ermöglicht die Änderung der Bildgröße. Ah, nicht schon, das hatte ich noch nicht gesagt. Resizable müssen wir generell auch erstmal aufrufen, dass sich die Größe von unserem Bild überhaupt verändern lässt. Wir können jetzt nicht nur Scale to Fit aufrufen, sondern wir müssen erst Resizable und dann Scale to Fit machen. Probiere aus, wie sich das Bild ändert, wenn du diesen Modifikator vorübergehend entfernst. Ohne den Modifikator, Punkt Resizable, kann ein Bild ausschließlich die Originalgröße dargestellt werden. Es kann weder vergrößert noch verkleinert werden, um an den verfügbaren Platz angepasst zu werden. Genau, wenn ich jetzt hier einmal Scale to Fit entferne, dann sehen wir, ist es wieder ganz beim Ursprung, also das Pixel genau in unserem Display angezeigt wird. Wichtig ist natürlich auch die Reihenfolge, wenn ich erst Scale to Fit, dann Resizable aufrufe, dann funktioniert das Ganze nicht und wir bekommen sogar einen Syntaxfehler. Bei anderen Modifikatoren kann es sein, dass wir keinen Syntaxfehler bekommen, aber dass sich dadurch die Logik trotzdem ändert. Also wichtig, in SwiftUI ist die Reihenfolge der Modifikatoren wichtig, ansonsten kann es zu ungewünschten Nebeneffekten kommen. Wie natürlich die richtige Reihenfolge ist, das lernt man natürlich auch über die Zeit oder in dem, was man erreichen möchte. Denn manchmal kann auch eine andere Reihenfolge richtig sein. Also es gibt jetzt hier nicht immer eine vorgeschriebene Reihenfolge, außer wir kriegen jetzt einen Syntaxfehler, weil wir dann die App nicht mehr starten können. Syntaxfehler hatte ich auch in meinem vorherigen Tutorial erzählt. Das ist, wenn wir hier einmal einen Fehler machen und zum Beispiel irgendwie eine Klammer vergessen, dann kann nämlich unser Computer den Code nicht mehr lesen. Und es kommt zu einem Fehler, weil der Computer einfach nicht damit anfangen kann, was wir programmiert haben. Dann machen wir einmal weiter. Der zweite Modifikator, scale-to-fit, Klammern einpassen, ermöglicht ist, das Bild durch Skalieren an die Größe des Containers anzupassen, in dem es sich befindet. Probiere aus, was passiert, wenn du vorübergehend Punkt scale-to-fill, in Klammern ausfüllen, verwendest. Siehst du den Unterschied? Verwende wieder scale-to-fit, bevor du fortfährst. Genau das hatte ich eben schon einmal gesagt. Es gibt auch scale-to-fill. Das bedeutet, dass einmal unser Format 16 zu 9 beibehalten ist, also unser Bild nicht verzerrt wird, aber dann einfach nur größer skaliert wird, sodass es möglichst viel Platz ausnimmt oder den kompletten verfügbaren Platz ausnimmt. Das sehen wir jetzt hier so. Beide ist jetzt weder verzerrt, auch wenn ich jetzt kleiner schiebe, sehen wir, dass unsere Figur hier nicht verzerrt wird. Aber es gehen halt Bildinformationen verloren, weil links und rechts jetzt abgeschnitten wird. Alternativ jetzt wieder bei scale-to-fit. Da sehen wir, wir haben das komplette Bild, egal ob wir jetzt hier ganz groß sind oder ganz klein sind, aber das war jetzt ein bisschen zu klein schon. Aber wir haben halt als Nachteil, dass wir schwarze Balken haben. Das hat natürlich jetzt auch rein gar nichts mit der Programmiersprache zu tun, dass wir uns für das eine oder das andere entscheiden müssen, denn dafür gibt es halt einfach keine Lösung. Wenn wir nicht das gleiche Display-Format haben, wie das Bild aufgenommen ist, müssen wir uns immer entweder entscheiden, ob das Bild verzerrt wird, schwarze Balken haben oder links oder rechts oder oben oder unten irgendwo etwas abgeschnitten wird. Dann haben wir auch diese Aufgabe gelöst und wir gehen jetzt einfach mal weiter. Als nächstes haben wir die SwiftUI-Ansichten und wir haben jetzt hier als Aufgaben, versuche eine Ansicht in einer anderen Ansicht zu platzieren. Hier ist jetzt gerade schon ein grüner Haken dran, weil ich hatte gerade schon mal für dieses Level eine Aufgabe gemacht und ich hatte irgendwie die Aufgabe zuerst nicht richtig verstanden, deswegen hier ein kleiner Cut. Bloß ich bin jetzt einen Tag oder ein paar Tage schon weiter, die letzte Aufnahme war schon ein paar Tage zurück. Und zwar als nächstes schauen wir uns nämlich einmal die Stapel bzw. die Container an. Und zwar sehen wir hier schon einen Container und zwar einen H-Stack. Der H-Stack platziert nämlich Views nebeneinander, hingegen der V-Stack die Ansichten untereinander platziert. Im Standard, so wie hier, ist jetzt immer ein V-Stack bzw. dass die Komponenten untereinander angeordnet werden und mit einem H-Stack können wir die nebeneinander anordnen. Dafür ist jetzt hier einmal die Aufgabe, füge zuerst ein H-Stack hinzu, das eine Ansicht die Untersichten horizontal anordnet. Gut, dafür mache ich jetzt hier einmal ein H-Stack und mache jetzt hier einmal einen Text mit ich stehe links und ich mache jetzt nochmal einen Text mit ich stehe rechts. Warum jetzt links und rechts, das werden wir jetzt sehen, denn der linke Text wird jetzt links angeordnet, hingegen der rechte Text rechts angeordnet wird. Wir sehen das jetzt hier auch, ich stehe links und ich stehe rechts, sind jetzt einmal die beiden Texte. Da sehen wir hier, der H-Stack ordnet das nebeneinander an und im Standard wird es immer untereinander angeordnet, so wie jetzt hier, das wird jetzt alles untereinander angeordnet. Und wir sehen auch, dass unser H-Stack halt ganz oben ist, weil das ist unser oberster Container. Und dann kommen die weiteren Texte und Bilder da drunter. Das Ganze sind also Art Container, wir haben jetzt gerade zwei Texte in einen Container getan, was jetzt der H-Stack ist und der H-Stack ordnet das dann einmal nebeneinander an. Hier die anderen Sachen, also der H-Stack, die beiden Texte und das Image sind auch wiederum in einen Container und dieser ordnet es standardmäßig nach unten an. Wir können das natürlich jetzt auch weiter verschachteln, indem wir jetzt hier später wiederum einen V-Stack reintun, der jetzt hier Sachen wiederum untereinander anordnet. Das wäre jetzt aber erstmal geschafft. Ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter und okay, der nächste Schritt ist jetzt, platziere als nächstes eine Textansicht in den H-Stack, das habe ich jetzt gerade schon gemacht. Und das Ganze sieht jetzt hier so an, mit einem Text sieht man da jetzt erstmal keine Veränderung. Wenn ich das jetzt so platziere, sieht das jetzt so aus wie so ein normaler Text, aber sobald ich jetzt eine zweite View habe, sieht man, dass das jetzt immer nebeneinander angeordnet wird. Und wir gehen einmal zur nächsten Aufgabe und als nächstes schneide Image, Friend & Jam und die zugehörigen Modifikatoren aus und setze sie in den H-Stack. In der Vorschau siehst du nun zwei nebeneinander angeordnete Ansichten in der Reihenfolge, in der du sie in den H-Stack angegeben hast, sowie zwei Textansichten, die vertikal unter H-Stack angeordnet sind. Und genau, machen wir das einmal. Ich setze das jetzt einmal hier da rein und wir sehen jetzt, der Text steht jetzt links von dem Bild und das Bild ist halt jetzt einmal rechts so gesehen vom Text und die anderen Texte sind jetzt untereinander angeordnet. Hierbei sehen wir jetzt auch, dass jetzt das Bild sehr viel mehr Platz verbraucht als der Text. Das liegt daran, dass das Bild immer so viel Platz verbraucht, wie es sich auch nehmen kann und zum Beispiel der Text halt dementsprechend dann kleiner geschrumpft wird. Später lernen wir aber auch noch Sachen, um das Bild zum Beispiel auf eine feste Größe zu setzen. Und das hatten wir jetzt gemacht und gehen einmal einen Schritt weiter und hier sehen wir das Ganze jetzt nochmal in der Musterlösung. Gehen wir einmal auf Fertig und gehen dann einmal zu den nächsten Aufgaben. Ich glaube ich muss jetzt hier wahrscheinlich manuell einmal weitergehen, weil ich muss jetzt einmal zurückgehen. Und als nächstes die Komponierbarkeit. Da Ansichten in andere Ansichten eingebettet werden können, fungiert jede Ansicht als Baustein für die Zusammenstellung größerer Komponenten. Das Verbinden von Ansichten auf diese Art heißt Komposition. Mit Hilfe von Komposition kannst du für deine App eine detaillierte Benutzeroberfläche zusammenstellen, wobei der Code lesbar und verständlich bleibt. Als nächstes erstellst du eine zusammengesetzte Ansicht, um zu sehen wie das funktioniert. Genau, fangen wir auch einfach mal direkt damit an. Um deine Ansicht zusammenzustellen, füge zuerst H-Stack innerhalb von V-Stack ein, um eine Unteransicht horizontal anzuordnen. Jetzt machen wir genau das, was ich eben schon angeteasert habe. Wir haben jetzt hier ein V-Stack und wir können jetzt weitere Stacks oder weitere Container in diesen hinzufügen. Machen wir es einmal hier so und gehen einmal auf Weiter. Füge als nächstes ein Bild des Freundes oder der Freundin in H-Stack hinzu. Machen wir es einmal, Image von Friend und machen jetzt einmal Resizable und einmal ein Scaled to Fit. So war jetzt der Code wiederum auch von eben und wir gehen einmal auf Weiter. Zum Schluss steht in deiner Ansicht eine Image-Ansicht in H-Stack und dies alles in einem V-Stack. Genau das sieht jetzt einmal hier so aus, haben wir jetzt einmal richtig gemacht. Gehen wir einmal weiter. Füge V-Stack innerhalb von H-Stack und unter der Ansicht Image ein, um einige Textansichten vertikal anzuordnen. Jetzt gehen wir nämlich hin und setzen jetzt hier in den H-Stack ein V-Stack ein. Und jetzt haben wir innerhalb des H-Stacks wiederum einen vertikalen Container, wo wir jetzt Textansichten hinzufügen können. Wir schauen uns einmal die Lösung an. Hier so sieht das Ganze jetzt hier aus, so wie bei uns. Nur wir haben jetzt hier einen Absatz dazwischen, aber der ist jetzt egal. Gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Erstelle innerhalb der inneren Instanz von V-Stack, die du hinzugefügt hast, eine Textansicht, die Friend, Freund oder Freundin anzeigt. Das heißt, wir machen jetzt hier einmal einen Text mit Friend und wir sehen jetzt rechts von dem Bild einen Text, wo Friend steht. Warum steht das jetzt rechts davon? Weil hier unser V-Stack-Container ist ja innerhalb von dem H-Stack wie bei dem Image. Also das Image und der V-Stack sind auf einer Ebene. Deswegen wird der V-Stack rechts angezeigt, weil er zuletzt kommt. Und das Image links angezeigt, weil es zuerst kommt. Und hier ist jetzt wieder, das Image verbraucht so viel Platz, wie es bekommen kann. Deswegen wird der Text einmal hier ganz klein gemacht und das Image ist jetzt so groß. Aber wichtig ist halt jetzt hier die Anordnung. In dem Fall ist das Bild links ist und der Text rechts. Weil der V-Stack hier innerhalb von dem H-Stack sich befindet. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Um die Schrift ein wenig zu vergrößern, füge den Modifier.font zur Textansicht hinzu und übergib Large Title. Wir können nämlich die Schrift vergrößern, auch mit einem Modifier, wie wir das jetzt hier mit Resizable und Scale-to-Fit haben. In dem Falle machen wir jetzt hier einmal Large Title draus. Jetzt sehen wir, der Text ist hier schon einiges größer. Gehe ich einmal weiter und einmal die Lösung einblenden. Hier sieht es genauso aus, wie ich es gemacht habe. Die haben jetzt hier einmal Freund und Freundin geschrieben. Ich habe das hier auf Englisch. Ist jetzt hier für das Beispiel ein bisschen egal. Gehe ich einmal weiter. Füge in V-Stack eine zweite Textansicht unter der ersten hinzu, damit du dem oder der Freundin mit einer Beschreibung versehen kannst. Genau, ich mache jetzt hier einen weiteren Text einmal darunter und mache jetzt hier eine Beschreibung. Mein bester Freund oder Freundin. Und wir sehen jetzt, der Text wird jetzt hier einmal darunter angezeigt, weil wir uns jetzt hier wiederum innerhalb von einem V-Stack befinden. Wenn wir den V-Stack nicht hätten, dann würde es auch wiederum nebeneinander angezeigt werden, weil hier alle Komponenten auf Höhe des Bildes sind. Wenn wir die Texte hier nicht stehen hätten, sondern eins darunter unter dem V-Stack, dann würde das Ganze darunter angezeigt werden. Denn dann würden wir uns wiederum auf Höhe des V-Stacks befinden. Dann haben wir hier einmal ein V-Stack und einmal die Texte und die werden dann alle untereinander angeordnet. Wie gesagt, das ist halt ein typisches Container-Prinzip. Am Anfang ist das halt ein bisschen schwierig vielleicht zu verstehen, aber wenn man es dann einmal verstanden hat, ist es sehr, sehr einfach. Und es sind einfach nur Container, ähnlich wie irgendwie Lego-Steine, wo man was zusammenstecken kann. Und je nachdem, auf welcher Ebene man sich befindet, wird es halt dann auch angeordnet und angezeigt. Das haben wir jetzt also gemacht. Um die Schrift dieser Text an sich anzupassen, füge den Modifikator .font hinzu und übergib .caption als Argument. Hier geben wir jetzt also eine andere Schrift über, und zwar einmal .font .caption. Dann sieht das Ganze hier so aus. Und wir gehen einmal weiter und schauen uns einmal die Lösung an. Und wir sehen, das sieht jetzt genauso aus. Und damit haben wir das Ganze auch hier erstmal abgeschlossen. Glückwunsch, du hast eine zusammengesetzte Ansicht erstellt. Eine zusammengesetzte Ansicht, wie Friend Detail View, kann in jeder anderen SwiftUI Ansicht verwendet werden, wodurch du gemeinsame UI-Bestandteile in Apps verwenden kannst. Das Ganze haben wir nämlich hier in einer eigenen View gemacht. Und wir müssen diese View jetzt einfach noch in anderen Views aufrufen. Ähnlich wie bei Methoden, wie bei Los geht's mit Code, können wir jetzt einfach diese View überall aufrufen, genauso wie Image. Und wir bekommen dann dieses Preset, sage ich jetzt mal schon, angezeigt. Da du jetzt die Grundlagen von SwiftUI kennst, kannst du ein wenig experimentieren. Versuche alles, was du über SwiftUI gelernt hast, einzusetzen, wenn du eine Benutzeroberfläche erstellst, die die Rollen der Charaktere von Programmieren lernen beschreibt. Verwende zuerst die Ansicht Friend Detail, die du bereits zusammengesetzt hast. Ich stelle eine Instanz von Friend Detail. Jetzt initialisiere Friend Detail View, um eine zusammengesetzte Ansicht in Experiment View zu sehen. Hier schreiben wir jetzt also einmal unsere Friend Detail View rein, die wir jetzt gerade da vorgeschrieben haben. Hatte ich ja auch schon erwähnt, dass man die jetzt überall einfach aufrufen kann. Und ich muss jetzt nur diese eine Zeile kurz schreiben, um hier das Ganze anzuzeigen. Gehe ich einmal auf Fertig. Ich stelle nun eine ähnliche Ansicht mit dem Bild von Blue. Jetzt ist es Zeit, deine SwiftUI-Kenntnisse zu testen. Ich stelle ganz ähnlich wie Friend Detail View eine Ansicht mit Blue's Bild und einer Beschreibung. Du kannst diese Ansicht vertikal unter der Friend Detail View stapeln. Fangen wir jetzt also einmal an. Wir schreiben jetzt hier erstmal den Hashtag rein. Hier will jetzt einmal der Kurs nicht, dass wir direkt eine eigene View erstellen, sondern das einfach in der anderen View unter dieser View hier hinschreiben. Das heißt, ich mache jetzt hier einmal ein Image von Blue. Hier haben wir jetzt einmal das Bild von Blue. Und wir machen jetzt hier auch einmal einen Punkt Resizable und ein Scaled to Fit. Ich schätze mal, dass das jetzt hier gleich kommen wird. Genau, wir ticken jetzt wieder die Modifikatoren. Resizable und Scaled to Fit, dass das Bild hier richtig angezeigt wird. Und als nächstes fügen wir jetzt unsere Texte hinzu. Diese müssen jetzt vertikal daneben stehen. Deswegen machen wir jetzt einen Faust-Tag neben dem Bild. Und wir befinden uns jetzt hier in einem Hashtag. Deswegen wird das jetzt rechts da vorne angezeigt. Auch einmal mit einem Text, wo ich jetzt einmal Blue reinschreibe. Und einmal der Font Punkt Large Title. Ich gehe jetzt hier oben auch nochmal einen Schritt weiter, aber ich schätze mal, das wird jetzt auch die Aufgabe sein. Genau, hier müssen wir jetzt einmal den Faust-Tag hinzufügen mit den zwei Texten. Einmal Large Title. Und ich mache jetzt hier nochmal eine Caption rein mit Das ist Blue. Könnt ihr euch hier natürlich auch was anderes überlegen. Und mache jetzt einmal eine Font Punkt Caption. Und ich Callout Caption. Hier so. Und ich gehe jetzt noch einmal weiter. Mache einmal die Lösung einblenden. Aber genau so haben wir es auch geschrieben. Jetzt kannst du mal hier das größere schreiben. Ein krimmiger Wolkenlieb in der Wassertopfen, der nichts zu verlieren hat. Hier so sehen wir das auch. Und wir sehen nämlich jetzt auch das, was ich eben gesagt habe. Das Bild versucht immer die maximale Breite der View auszunutzen. Da jetzt aber der Text hier sehr, sehr viel Platz verbraucht. Wurde das Bild dementsprechend kleiner, weil es nicht mehr so viel Platz benutzen kann. So wie jetzt zum Beispiel hier oben. Und ich gehe jetzt einmal hier auf Abschließen. Das hätten wir jetzt gemacht. Und das gleiche sollen wir jetzt nochmal mit Hopper machen. Deswegen mache ich jetzt hier nochmal einen neuen H-Stack. Wir können das jetzt nicht in den anderen H-Stack tun. Weil wenn ich das jetzt hier hinschreiben würde. Hier mit Hopper. Dann würde es jetzt daneben angezeigt werden. Aber wir wollen es ja da drunter haben. Deswegen muss ich jetzt hier einen neuen H-Stack anlegen. Wo ich das jetzt hier einmal reinschreibe. Ich kopiere jetzt einmal die Modifikatoren. Einmal hier Resizable. Und kopiere auch einmal hier den V-Stack. Und füge es jetzt hier drunter ein. Oh, einmal mit Hopper. Und mache jetzt hier nochmal einen Text mit. Das ist Hopper. Und dann sieht das Ganze hier so aus. Hier ist es auch so, dass hier oben das Bild langsam auch kleiner wird. Denn die anderen Views benötigen auch Platz. Und deswegen wird das Bild hier oben kleiner. Denn die Views sind hier alle gleichgestellt. Und wenn hier das jetzt noch mehr Platz ausnutzen würde. Wäre für die anderen Images kein Platz mehr da. Und deswegen wird auch das oberste Bild jetzt hier kleiner. Okay, das haben wir jetzt einmal gemacht. Gehen wir jetzt einmal weiter. Hier sind jetzt auch mal, dass wir die Texte hinzufügen sollen. Da du jetzt einige der Grundlagen kennst, versuche eine eigene App zu erstellen, indem du die Benutzeroberfläche aus SwiftUI Ansichten aufbaust. Probiere einige deiner neu erlernten Fähigkeiten aus. Wirf einen Blick in über mich mit Rastern organisieren. Ändere den Code und die Projekte nach deinen Vorstellungen. Fahre mit dem Projekt Weiter so mit Apps fort, um weitere Grundlagen von SwiftUI zu lernen. Und tiefer in die Welt der App-Erstellungen einzutauchen. Wir haben jetzt also hier diesen Kurs einmal abgeschlossen. Und ihr habt jetzt hier mehrere Optionen, wie ihr weitermachen könnt. Und zwar einmal Weiter so mit Apps. Das ist jetzt hier ein weiterer Kurs. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich den jetzt hier als Video mache. Das komme ich jetzt darauf an, wie gut dieses Video ankommt. Wenn ja, dann wird das einmal hier noch irgendwo eingeblendet in der Endcard. Ansonsten könnt ihr auch mit meinem Video hier oben weitermachen. Da ist einmal ein auch ausführliches Video, wie du dann jetzt wirklich mit deiner eigenen App anfängst. Und zwar eine Notizenliste. Dort fasse ich auch nochmal Swift zusammen. Also nicht nur SwiftUI, sondern ich fasse auch nochmal Swift zusammen. Denn für eine Notizenliste benötigen wir auch noch etwas Swift-Code. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.